Ja, diesen auf See gerichteten Turm habe ich auch mal gemalt. Das ist auch noch nicht fertig. Gehen wir mal rüber in den Malsaustall. Wobei, möchte man Licht. Klick, da steht der Computer. Dort und dort und dort. Ja, das habe ich mir jetzt hingestellt. Hingestellt, zwecks, ist ganz einfach. Da weiß ich immer, halt, hier fällt noch was drauf, hier fällt noch was drauf. Dahin, das habe ich extra hingestellt, weil es ziemlich dunkel ist. Jetzt kommt ja die Helligkeit rein. So. Ja, hier sieht es lustig aus. Ach, warum auch nichts. David Bowie habe ich laufen. So. Ja, so schaut es aus bei mir. Haha. Da ist das Fußlager. Da liegen die Füße. Ja, da habe ich auch gleich Wasser. Jede Stunde ist wichtig, etwas Flüssigkeit sich zu gönnen. Mindestens glasvoll, egal was. Ja, das habe ich auch mal gemalt, ja. Es ist auch ein schönes Bild. Na ja, und das ist der Schäfer mit seiner Erde. Und da liegt man mit dem Kopf. So. Zurück. Zur Situation. Ah, das hier muss ich mal laufen. Warten, bis das Päckchen kommt. Und, voilà, das ist das Browser. Der Lauf mit dem... Ach, tut das gut. Der Lauf mit dem Kopf ist das Browser. Das ist das Browser. Der Lauf mit dem Kopf ist das Browser.